ja wir gehen in die höhle nehmen den trainer noch mit dann nehmen wir den pokoball links helfen uns noch mit hat sie nur die dinge das ist so ein trainer na wim sie kurz so heißt es okay so rock slide tm 80 rocks leiten okay uh-huh hier waren wir doch schon dann ja die höchste schon alle besiegt aber hier kann ich wahrscheinlich mit stärke dann irgendwie durch dann habe ich mal den schutz raus weil es hier trainieren ist hier nicht 250 schritte das ist ja super seltsam jetzt bin ich wieder im strand wo muss ich denn lang also ich musste ich kann jetzt die u-bahn benutzen aber die strecke kenne ich ja noch ganz gut da gab es das garra durch wo muss ich denn lang ich gehe einfach erstmal in die stadt und dann jetzt schaue ich mal auf die karte also ich war hier hier ist das ist das champion ding kevla town no touch city gibt es hier habe ich sieht nur sie mit den orden aus es gibt auch noch vier ohren oder oder hä 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 das ist dann hier ich gehe mal zum headquarter ich gehe mal zum headquarter kindern einfach leer hier wow kämpf mich eben schnell heilen und dann zu substation oops no touch 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 ist das unsere startstadt, wir können ja einfach hinfahren das ist ja wir können ja einfach mal schauen wo uns das hinführt wo das nochmal war so es ist die stadt mit dem schönheitswettbewerb ja die stadt ist es hier muss ich aber nicht hin dann gehe ich wieder zurück zu legend town ich habe kein ticket gekauft dann kaufe ich mal eine handvoll so solange ich noch kein fliegen habe muss ich wohl hier drauf zurückgreifen aber aber wie bin ich denn von dort hierher gekommen bin ich denn hier ist legend town ich bin durch den tunnel bin ich ich bin ich überhaupt egal ein und das ist ok gut hat er uns einen guten tipp gegeben sehr guter tipp so hier ist irgendwo ein wald wo stärke also ein stein den weg irgendwo blockiert ich weiß nur nicht ob es rechts ist oder links da hätte ich vielleicht besser zuhören sollen ich glaube hier im wald bin ich richtig hier hier Kann ich das dann so zusammenbauen? Commit Cave Entrance Wo bin ich jetzt? Ja, dann muss ich hier wohl zurechten Dann komme ich auf eine neue Karte Das ist cool Hier ist ein Schutz natürlich auch Ganz nett, aber ich habe keinen mehr Geil Danger, sagt die Leiter Aber wie komme ich denn hier weiter nach rechts? Die random Encounterart ist teilweise Naja, ein bisschen hoch Dusk Storm Hmm 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 Das ist es Irgendwie blöd Das war in irgendeinem Forest Das ist im Tunnel vielleicht Dann hier Was ja auch wieder blöd ist Ich bin hier am Strand Ah, hier war ja Sackgasse Hier ist eine Höhle Commit Cave Bin ich wieder Ah So Oh Oh fossile Oh fossile Okay, wir müssen ihn besiegen Dann kriegen wir eins der beiden fossile Ja, das ist schon mal die Entwicklung von dem Viech Was wir in die Pension geschickt haben Ach, bald ist auch noch Na gut Ich will das noch am Leben behalten Rockslide Rockslide Oh wow Ne, da nicht Das ist ja ganz schön Das ist ja so Oh shit nicht schlecht sieht aber richtig richtig hässlich aus es ist mir egal so jetzt bin ich in so einer dummen höhle also hier sind wir schon mal falsch obwohl da stärker halt benutzt wird müssen hier auf jeden fall hier lang müssen wir oder hier ist der 1 und so oder hier hier müssen wir doch lang oder durch die ganze höhle noch mal oder was erstmal das dann gibt es hier auf jeden fall noch eine subway station was ist das nee das ist das labor wo der übersetzer erfunden wurde und es gibt doch keine doch keins hä muss doch aber jetzt mal so hier sind wir falsch so aber in der stadt gab es doch eine oder nicht zumindest konnte man doch hier hin reisen dann ist das labor gibt keins oder wie gut gut job ich muss durch den ganzen tunnel sehr gut checken vorteil beendet 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 zum Glück ist diese höhle nicht so lang hier ist kein stärkestein da kann man noch mit surfen rüber so aber sonst ich sehe hier nix da das ist der das ist der stein aber alles ist der aber kann man sch oder nicht 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 Europa Also hier haben sie wohl gar nix, keine Elektrizität, gar nix. Das war die Nix-P, sehr gut. Was ist das denn für ein Wald? 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 Oder ich hänge ein bisschen hinterher wegen dem Garados, weil ich quasi neu hochlevel. Anstatt mein Dingens da hoch. Mein Achilles. Was ist das denn für ein Wald? Was ist das denn für ein Wald? Was ist das denn für ein Wald? Boah, das ist ja cool. Boah, das ist ja cool. Ist das denn für ein Wald? Ist das kein Wald? Ah, das ist ein Pilzding. Wow. Wow. Bei Nacht kann man sich ja hier voll verlaufen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Was ist das denn? Ah. So, Peradus ist down. Next. 1400, ui. Sehr effektive attacker. Okay. So, dann speichern wir hier mal ab. Zack. Siemeinhalb Stunden. Ja, das war's. Nächster Part. Tschüss. Okay. Okay. Okay.